Ich pass auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, los! Es geht los, ich kann abbauen! Wer nimmt dich mit auf seinem Sarg? Wer haut dich richtig ab? Was dich und mich verbindet, wir sind Idioten-Freunde! Und damit, hallo meine Puggerfreunde, Puggerend, willkommen zu Warum mit dem Leon. Ja, du kannst gerne was sagen, Jan, Jan. Ja, warte! Hey, wie ihr schon seht, die sind das Hashtag-Termaurau, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kann mal ein bisschen was erzählen. Das geht jetzt gleich los, das ist richtig gehyped, die Cool ist auch gehyped, sie hat uns nämlich vorhin getötet. Auf jeden Fall, all ready, ja, ja, wir sind ungefähr, ich glaube, so fast 30 Teams. 29 Teams, 29 Teams. Ungefähr, ja, also fast 60 Leute, das ist sehr viel. Okay, Mike, es geht gleich los. Enderman, nein, kommt nicht in die Richtung. Wo, wo ist der? Da hinten war gerade einer. Oh nein, eine Minute, dann gehe ich. Das schreibt ihr mal eine Minute, dann gehe ich, nice. So, ich hoffe, alles funktioniert, sonst bin ich gearscht, ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt und dass der Anfang cool war. Ich weiß, das Intro war sehr cringy, Leon, die sind ja in die Richtung, ja. Ich habe keinen Druck mehr mal. Hallo, Will, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht vermaßt. Diese Enderman. Diese Enderman. Um drei nachgehe ich. Okay. Ja, oh, Leute. Oh, nice. Oh, gleich ist weg. Gut, Leute, ihr seid gehyped. Es geht hier im Moment los. Ich bin so fly. Wir haben hier ein paar Leute. Die Teams nah, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall sind wir das Team. Okay, das geht los. Oh mein Gott, 50 Sekunden. Okay, jetzt muss ich drauf. Ich war ganz so gechillt, aber ey, jetzt lass uns schon was. Wir rennen in die Richtung, wir rennen in die Richtung. Du folgst mir. Ja, Leon ist hier unser Abbauer und sowas. Ich pass auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, los. Das geht los, ich kann abbauen. Ich kann nicht abbauen. Leck. Komm weg, 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 einfach weg. Wo bist du? Da bist du. Oh, du hast gerade gelegt. Hier. Mai, wo bist du denn? Wo bist du, wo bist du? Hier, 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 renn, renn einfach weiter, komm, komm. Hierhin, hierhin, komm, folg mir, folg mir. Folg du mir jetzt. Ja, rennen, 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 rennen. Wir rennen in die Richtung, rennen, Leute. Willkommen in mein Fall. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, ich weiß, es ist zwar mit W geschrieben, denn es ist extra so gemacht. Komm, 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 hier hoch, hier hoch. Ja, ich springe ja schon, aber es ist nicht einfach aus so einem Berg. Okay, abbauen, oder? Abbauen, oder? Ja, abbauen, abbauen, sicher. Ach, fuck, halt dein Maulhandy. Keine Wörter, so was. Ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab. Komm, komm her, bist du, was? Was da bist du? Ich hab, crafting bench. Okay, hier, komm, 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 komm. Setz sie, am besten, gehen wir ein bisschen weiter. Setz sie einfach hierhin, komm, komm, schnell. Ja, hier oben. Kann ich ja nicht schlagen, das ist so. Das werden wir, ich hab schon Schwerter. Nee, ich kann nicht schlagen, okay, das ist gut. Oh mein Gott, wir kriegen so Hunger, wir müssen Essen finden. Ich hab voll, ich hab voll, warte, ich, ich kill. Ich hab nur noch vier, das ist ein bisschen... Da hinten ist Schafe, da hinten ist Schafe, da hinten ist Schafe. Lass uns hin, lass uns hin. Lass uns hin, lass uns hin. Ja, 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 stimmt, aber pass auf, nicht vorm Bett runterspringen, das tut echt weh. Ich hab ein Herz schon verloren, zwei Herzen. Ich auch. Hast du grad zu viel Schaden bekommen? Ja, ja, das war ich. Da ist noch ein Schaf. Wo bist du, wo bist du, Leon? Ich bin runter, hier. Hui. Oh, fuck. Oh nein, oh Gott, okay, ich muss essen, ich muss essen. Falls man mir manchmal lag, dann tut's mir leid. Nicht essen lassen, ne? Nicht essen ist so. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schwein? Ja, genau. Mach du das Schwein. Komm, weiter, weiter, hier lang, hier lang, hier lang. Nein, es sind Tiere, es sind richtig viele Tiere. Die brauchen wir. Da hinten waren auch noch Schafe, da hinten waren noch Schafe. Ich würd sagen, du baust ein paar Holz ab, ein bisschen Holz ab. Komm, komm hierhin. Wir brauchen noch Holz, ich hab nicht so viel. Ja, ich weiß, ist aber jetzt egal. Nur danach gehen, warum du rein? Wir müssen jetzt erstmal die Folge übernehmen. Sorry, dass ich nicht so wirklich, äh, richtig was sagen kann. Ich hab das noch nie gemacht, so ein Waro. Also, es ist ein richtiges zumindest. Wir hatten viele, ich kann mal ein bisschen was erzählen. Okay, wir bauen ab, wir bauen ab. Ja, wir können ein bisschen was erzählen, Leon. Und zwar waren wir schon mal in einem Waro. Ach, schon, ich hab vielleicht abgebaut. Ja, ja, ich bin ja gerade am Baum. Und zwar hatten wir schon mal einen Waro, nur das war so unorganisiert AF, da konnten wir einfach... Ja, die haben schon früher getötet. Wir brauchen Leder, das ist ja schon klar. Ja, wozu? Wir machen Zucker, ähm, Dings, Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir dringend. Ja, und Leder für ein Buch. Ich hab was, wenn man vom Teufel spricht. Zwei Zuckerrohr. Holst du's dir? Ich hab's. Aber ich bin nicht gefangen. Wir brauchen drei. Halt, nein, Sand und Erde. Warte, ich nimm Sand mit, ich nimm Sand mit. Ein Sand, reicht, gut. Wasser müssen wir dann irgendwo in der Höhle finden. Ja, das ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Ja. Wir sind schon mal gut durch. Ja, wir sind schon mal gut durch. Ich hab nur noch... Oh, Leon, ich brauch richtig Essen. Ich brauch euch... Kann ich das essen? Ich hab fünf. Warte, nein. Ich mach das. Wir machen das anders. Machen den Ofen oder so. Und ich mach mir auch mal ne Webbank. Äh, das Werkbank zum Mitnehmen. Oh, oh, gosh. Ich bin so richtig gehypt, Leon, wahrscheinlich auch. Du wartest mal oben, ne? Leon hat übrigens keine Sicht, nur dass du es wisst. Ich hab Leon getötet. Was ist schon hiermit gestorben? Oh, Skeletor, um HD und Spike, leider wurde getötet. Von Dark Knight King und Ultrahocher Hits. Mike, ab jetzt sneaken, ne? Das haben wir vergessen. Soll ich runterspringen zu dir? Nein, sneaken. Einfach nur sneaken. Okay, ich sneake. Kann ich mir was abbauen oder hören die das? Ich weiß ja nicht, ob die in der Nähe sind. Du sollst einfach nur sneaken. Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, war das Zwarro richtig schlecht. Und wir sind direkt am Anfang auch gestorben, in der ersten Minute. Nee, du bist in der ersten Minute gestorben. Ich bin dann abgehauen mit dem Wurt. Und dann wurde ich irgendwann einfach so von hinten attackiert. Und dann bin ich gestorben. Und das, das komische war, von, ich sag mal, von 100% Leuten, ähm, waren es dann nur noch so 30%. Und dann... Wie viel Umarbeiten hast du? Äh, nur noch vier. Nur noch vier. Ich brauch Essen, dringend. Ja, warte, dann kriegst du jetzt. Ich hab eben mein Handy auf der Wolle. Ich hab zwei Wolle. Da können wir das irgendwas verwenden mit der Wolle, oder? Oh, danke, danke. Ähm, tu dein Fleisch da unten rein. Tu dein Fleisch da unten rein. Wo unten rein? Da in den Ofen. Ich hab... Achso, ja, das hab ich, das hab ich. Da hinten sind noch Schweine. Ich geh die holen. Du bleib beim Ofen. Nein, ich will nicht mit dir getrennt sein. Ich höre Zombies. Ich höre Zombies. Oh, Kür! Du hast noch zehn Minuten übrig. Okay. Was? Was hast du gesagt? Ja? Ich hab Kür. Was? Kür. Und ich hab gestorben. NiceEye TV wurde von Nock Profi getötet. Oh, rip an euch alle. Die Themo-Rolli-Ton. Zwei? Ich ein? Liga, Ivin juckt die Kills, Alter. Wir wollen überleben. Wir wollen zumindest die erste Folge... Erst und zwei Folgen zurück. Und ich hab auch Liga. Ja? Bei mir waren gerade so Enderman-Partikel. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Da bist du, oder? Scheiße, ich find's drücken. Hinter dir, hinter dir! Ach, da, hi. Nicht wegranieren. Ich muss einfach auf so ne kurze Distanz verlaufe. Ich lese jetzt übrigens nicht den Chat, weil ich dazu keinen Bock hab. Ich hab hier noch ein bisschen essen. Ich auch nicht. Nimm, nimm, nimm. Ich hab schon zwei. Achso, ne, gib. Ich hab nur eins. Da haben wir jetzt beide zwei. Okay, ganz ruhig. Wir haben den Anfang geschafft. Nimm Judy das nächste. Nimm Judy das nächste. Ich geh nochmal runter. Wir haben zumindest den Anfang geschafft, Leon. Das ist doch gut. Wir rennen gleich weiter weg, ne? Ja, in eins auf jeden Fall. Soll ich ein paar Bäume abbauen? Ich hab jetzt aber die Axt unten. Bau sie da mit der Hand ab. Das ist Holzverschwendung. Obwohl es keine Holzverschwendung. Den brauchen wir da. Auf jeden Fall geht jede Folge mindestens 15 Minuten und höchstens 20 Minuten. Nur, dass du bist. Ja. Ich hab ja nur 15 Minuten Aufnahmezeit hier auf dem Sounderwerb, wenn ich gekickt. Dann danach sag ich noch ein bisschen irgendwas zur Folge oder so. Wir haben auch ganz viele Regeln. Wer Plugin-Technik und Probleme hat, bitte bei mir melden. Wie viel Fleisch hast du? By Glider. Ah, okay. Wie viel Fleisch hast du? Drei von diesem Hammelfleisch. Ich weiß nicht, ob ich gesagt hab, aber auf jeden Fall, dass... Äh, ich hab's ja Waro genommen mit W, denn damit man das unterscheiden kann, weil ich wurde oft gefragt, Hä, Mike, ist das jetzt das Echte? Dann sag ich immer, nee, ist es nicht. Es heißt nur auch Waro. Ja. Und dann, wie find ich das blöd ist auch, Waro heißt es halt. Ich hab schon auch andere Leute gefragt. Manche nennen es auch, so wie ich. Also jetzt mit W. Waro, find ich auch cool. Oh mein Gott, ist jemand gestorben. Jetzt hast du alles. Dark Knight King, der einen King gemacht hat, wurde von Cubic's Returns gekillt. Oh, sorry bro. Okay, erstmal sorry bro schreibt, das find ich okay. Wieso gibt's mir ne Schaukel? Das ist... Äh, nicht Schaukel, sondern Schaukel. Ähm, Sand und allem. Damit wir das wirklich kratten. Mike, bau Bäume für Äpfel ab. Äpfel sind sowas von wichtig. Ja, 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 wichtig, wichtig. Wir haben die Zuckerrohr, das ist das Allerwichtigste vom ganzen Spiel. Ja. Das ist geil. Hauptsache ich sag's, ja, wir brauchen ein Zuckerrohr. Ich hör mich um, ich seh, Sand, hoffte, dass da irgendwas ist, aber ich hab mir ehrlich nicht geglaubt. Merkt, hier wurde die Bäume abgeruht. Ich würd mal nach oben gucken. Das wird langsam nachts. Echt schon. Ja. Fuck, okay. Wir sollten... Oh Gott, wir hauen ab, wir hauen ab. Oh, meine tut mir voll leid. Ja, irgendwie schon, ne? Tut mir auch leid. Okay, ich hab jetzt genug Fleisch. Komm, wir hauen ab. Ja, komm, wir hauen ab. Wir wollen uns irgendwo runter. Nein, wir gehen hier in die Richtung. Oh, die, ich brauch die Setzdinge ab, damit sie nicht wissen, dass wir hier waren. Okay, warte, ich komm. Irgendwohin, wo die uns nicht erkennen. Hier sind die Schöne. Da, geh weg da, geh weg da. Wieso, was ist da unten? Ins Skelett. Okay, geil, dass wir nicht... Oh, ich seh hier nix, ne? Ich auch nicht. Ja, aber ich... Hast du Kohle oder so? Holzkohle, irgendwas? Guck mal grad nach, ich guck grad nach... Aber hier, ich seh hier gerade nix. Ich warte hier oben. Ich warte hier oben. Ich sneeke. Warte, 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 weiter, 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 weiter. Es spawnen schon Mobs. Hier, 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 hier. Geh rein, hier, hier, rein. Bist du gut? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh fuck, oh Gott, oh Gott, ne. Lebeck, ich hab's selber verlassen. Schaust du? Hä? Interlöcke, ah, nice. Kann ich wieder rauf? Ne. Demissiv-Spring-Levels longer than maximum allowed. Was heißt das? Keine Ahnung. Das waren nur noch keine 15 Minuten. Oder? Nein, ne, nicht. Die gehen alle raus, hä? Was ist denn los? So. So, Leute, guten Morgen. Wir sind jetzt am nächsten Tag angelangt. Ja, der Back hat mich so lange gedauert. Wir gehen jetzt auf den Server drauf. Boom. Ich geh rauf. Wo starte ich? Jetzt sterbe ich sofort. Warten. Anmelden. Oh, ich bin drauf. Ist das ein Creeper? Ne, wer am Tag. Okay, okay. Ah, lol. Drei, zwei, eins. Microsoft hat eine Rückmeldung. Nice. Leon, komm. Schnell. Ja, geil. Okay, ich bin drauf. Bei mir lag das grad ziemlich hart. Dafür entschuldige ich mich. Okay, nice. Das Team, ähm, ich glaub da ist eine aktive, ähm, aktive... Wie heißt denn die? Ich muss kurz warten. Warte, ich guck mal eben mal nach, wie die heißen. Ähm, aktive Spritze heißen die. Hilfe. Ja, was? Das liegt bei mir. Kann gar nicht sein. Auf jeden Fall, äh, nehmen wir jetzt ein paar Minuten auf. Ich hab wieder ein Leck. Ach, Lea, lass mich noch mal ausreden. Wir nehmen ein paar Minuten auf und danach, ähm, machen wir ein bisschen off-screen was. Ich tue mal hier ein paar Tiere. Ich tue mal hier ein paar Tiere. Wie leckt das grad so richtig hart, ne? Ich glaub, das hat nur ich. Hast du auch? Oh Gott, oh. Na, wo bist du? Ähm, du hast ein paar Fackeln für mich? Nee, deshalb hab ich dich ja vorhin gefragt, als gestern. Ähm, ne, auch. Schauen wir mal, dass ich hier irgendwas finde. Ach, das waren wir gejoint, okay, wie ich nimm's, ich mach das, die Aufnahme jetzt bis 23. Ist das, ist, ist Kohle, ist das Kohle? Nee. Ey, da bist du leckst. Bei mir geht's jetzt, äh, komm, hier ist nix. Nee, okay. Das ist ein Ja. Aber wir können uns doch nicht schlagen. Nee, ist ja das Gute. Hier ist leckst. Ja, komm. Warte mal hier, bleib mal ganz gut stehen, bleib mal ganz gut stehen. Ich glaube, ich hab doch irgendwas gecuttet. Ja, auf jeden Fall läuft jetzt- Och Gott, Leon. Es ist hässlich, oder hieß Gott jetzt. Oh, hier ist es denn? Oh, hier ist in der Schlucht. Nein, da kenn ich doch. Aber is'n Geheimgang mit Sand. Warte. Was ist denn da los? Ist du hier los? Ich guck mal, ob ich das- Ich guck mal, ob ich das- Ich guck mal, ob ich das- so leute sollte jetzt wieder alles laufen ja nicht gerade nach unten gegangen also wir haben nichts verpasst ist gerade nach unten gegangen wir haben auch noch die ganze zeit hier im chat ich habe müssen dann genommen es ist ja wir müssen jetzt irgendwo hin müssen uns irgendwo einbauen oh scheiße ich habe das falsche tätschepäck deshalb sieht samt grau aus leon beeilte ich lieber sonst kriegst du noch in hofern ja sonst gehe ich dich petzen aber das ist leute sagt ihr bitte nicht den owner okay das ist das krimine striker wollen wir nicht okay danke ja das hat jetzt niemand gehört okay und ich gehe wieder drauf wir machen jetzt gerade ihre dritte runde ja war auf vier wieso heißt es war auf vier ja das team heißt so ja ich würde sagen gehen bisschen mal in die richtung hier sagen du lässt erstmal mein tätschepäck laden ja leon wir können nicht ewig warten so zuschauer wollen auch was sehen ja jetzt nicht wieder alles ja super das ist sowas tolle ich würde sagen wir suchen immer noch eine höhle und aus dem esel übrigens pferde darf man nicht reiten opf sind auch nicht erlaubt und werfbare tränke sind auch nicht erlaubt hier rechts 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 ich drehe mich nach links und wahl ist die unprojekt was ich bei die kohle hier ab den handbefackeln ich habe eisen wow leon ein block kohle boah viel wenigstens habe ich wackeln du hast auch mal okay nice ah eisen nice wicke kraft hat auch eisen da oben da oben ist kohle ich nehme ganz viel kohle mit weil kohle kann man nie genug haben sneaken oder? sneaken oder? die brauben glaube ich nicht die sind alle sehr weit weg lavasee oh mein gott geil also leon ich würde gleich mal sagen wir gehen offscreen bis zu farmen nein damit die folge nicht zu lang wird doch doch weil sonst wird die folge noch irgendwie so fast 30 minuten und das habe ich keinen bock das stolz dir niemand an also ja leute nur dass ihr es wisst maik hier nicht hin da ist ein lavasee da habe ich extra einen erbe mit cobblestone gebraucht da werden ich und leon dann ein bisschen privat farmen hier ist nix du hast noch 10 minuten beziehungsweise jetzt noch ein paar minuten bei mir wird das nicht angezeigt weil ich etwas später gedrängt bin als du ja komm jetzt gleich bei dir komm weiter ja hier du hast noch 10 minuten übrig 3x8 rolls saved dankeschön ich würde sagen wir farmen nicht nicht in den letzten minuten sondern wir hier wir braten dann die ganzen sachen ja ja wenn wir was haben ja leppycraft ja ne ne WAS ich habe jetzt schon keinen bock mehr wir haben lass es hier weg komm wir rennen weiter komm was du weißt das ups leon das ist ich dachte grad das wäre ein team kommst du das war nur ne was meinst du jetzt gerade das ist echt ne wir gehen ist das nicht echt nein sonst hätte er ja nicht ups geschrieben sicher ne hier waren eben zwei skelette skelette scheinen beide weg zu sein also wie gesagt ich entschuldige mich für das lenken das fürs rucken vom video okay mike hier ist eine riesige höhle okay die erkunden wir dann gleich mal oder die höhle holen wir gleich das nervst du das ist wahrscheinlich ungenießbar für euch Leute ne so pass auf mike einmal sterben ne einmal lägen leeren ne so das ist einfacher das war schon das spart ja wie viel kohle hast du noch übrig ich habe viele kohleblöcke die tue ich da rein was hast du hier nochmal hier hier leon kann ich das essen einfach so das rohe kaninchen das nur ein stück ist mir egal ist mir egal oh mein guck ich habe hier noch richtig viel hier bam ich habe ein ei ich schmeiße es mal auf dich hin nein warte hier rein warte da rein warte ich gehe da eben raus soll ich ja ich mein samt wieder ja ne oh ich habe ein skelett pass auf ich weiß sie wahrnehmen welche gut also dann würde ich sagen machen wir hier einen cut wir spielen privat noch also wir spielen jetzt greben ausgehen die runde hier noch vorbei ich habe das alles schon abgesprochen mit den supporters und so also falls auch welche probleme sind da einfach ja wenn euch die folge gefallen hat dann sind es in der nächsten folge wieder links ist dann die nächste folge bin ich schon online ist rechts ist die playlist und oben könnt ihr gerne ein abo lassen und die glocke natürlich damit ihr keine folge verpasst haut rein rein und tschüss hier ist andere wunderbar das ist es du 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 und du